so weiter geht's also ihr seht man kriegt hier auf ocean beach sehr viel zeit ich empfehle daher wirklich das hier zu machen es ist auch mit dem strand sie hat gesehen sind sehr viele patienten am strand ist es viel einfacher als an anderen orten wie bereits erwähnt werde ich den trick mit der polizei jetzt wieder anwenden und zwar aus dem einfachen grund weil ich das möglichst stressfrei hinter mich bringen will ich darf jetzt einfach nirgendwo mehr anecken jetzt mal ein blick auf die karte die zwei sind im norden wohl ich jetzt die zwei im norden ja das war jetzt eben gar nicht so gut aber stehen immer da oben das weiß ich schon aus vergangenen parts ich denke immer es brennt dabei ist es der regen so ich habe mich jetzt entschieden dass ich diesen tag durchgehend aufnehmen werde den werde ich dann schneiden müssen weil ich möchte verhindern dass es mir da beim umschalten abstürzt deshalb mache ich das jetzt durchgehend ja aber man sieht jetzt schon deutlich er raucht nur noch leicht weisslich also es wird schon repariert wenn man da leute abliefert das heisst für uns wenn wir jetzt nochmal einen patienten abliefern und vorsichtig fahren dann sollte das also wirklich machbar sein ich hasse das hier weil hier sieht man nie wo man hin fährt ja das ist wirklich unacceptabel ihr seht ich habe noch kein einziges mal die sirene verwendet weil ja ich habe ja schon gesagt es ist mehr irritierend aber die autos gehen dann halt schon aus dem weg obwohl es will nicht heißen will nicht heißen dass das von vorteil ist weil oftmals stellen sie sich einem dann genau in den weg also ich brauche da immer noch ja immer noch ein bisschen aber jetzt sind wir auf die karte also wir holen die drei oben machen den trick dann die drei hier machen den trick die drei hier machen den trick und die restlichen zwei ok das heißt wir fahren jetzt nach Norden wir versuchen jetzt wirklich mal weil zeittechnisch wir sollten keine probleme haben zeittechnisch so jetzt wirklich mal unfallfrei zu den leuten zu gelangen fahr hier möglichst ausserhalb der strasse steht natürlich immer noch die möglichkeit dass irgendein vollpfosten in einem rein fährt oder eben man unachtsam ist so jetzt hey dude die hier steht der uriere aber sie noch nicht voll � vielen auch dieser Boga ist driving. So, komm schon, Bulle. Tauch auf. Ach, da hinten werde ich wieder wegspawnt. Das war jetzt ein bisschen blöd, weil ich habe nicht gesehen, wo... Ich glaube, der repariert sogar, wenn sie aussteigen. Also, das heisst, dass wir den Trick trotzdem machen können. Ich werde jetzt mal testen. Ich werde jetzt mal den Trick weitermachen und beobachten. Eben, ich werde nicht... Ich muss es nochmal sagen, wenn ihr den Trick macht, wenn irgendwie Leute da komisch auf der Strasse rumstehen, auf keinen Fall in die Reihen fahren, weil... ... ... ... Um, 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 um.